Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's2Game. Diesmal spiele ich H.A.R. Games auf H.I.V.E. Und ja, es ist eine ganz normale Folge, die jetzt auch täglich erscheinen wird. Und ja, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, mal zusammen zu spielen, schickt mir auf Skype eine Anfrage. Nein, ich mach eine. Ne, jetzt hat der kein Druckblatt da. Ich will die auch kaputt machen. Na ja, komm schon, komm. So, jetzt gibt's ja bei der neuen Microsoft, dann gibt's die Spring-Taste. Und ja, ähm, habt ihr noch andere, wisst ihr andere gute H.A.R. Games Server? Dann könnt ihr es in die Kommentare schauen. Jaja, oder Survival Games, ist auch egal. Und komplett anderes, aber ne Wort. Komm. Was ist das? Weg, weg. Ah. Jetzt ist er nicht der Richt. Thron suchen. Dann kannst du da an. Bekann mal was ich das kann. Pfоров. Dann und du. Da. Nö. Bö. Da. Da. Baum vielleicht? Ja. Schwert. Weiß man nie, warum man es gebrauchen kann. So. A. Ich spiele das erste mal, nein, das zweite mal in Hive, ich spiele meistens auf allen größeren Servern, also mit Hive, aber, ja, ich habe mir gedacht, Hive, einer gründesten Server, oder ob was, ja, spiele ich auch mal drauf. Warum nicht? So. Machen wir da sehen. Wo ist schon mal? Das ist sicher schon hier, oder? Ja, wir brauchen schon mal ein Bild. Das hängt aber auch sicher schon hier an. Ja. Ähm. Warte. Nein. Äh. Ja. 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 Couch. Couchwert. Noch ein Couchwert. Hä? Na ja, schade, ähm. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tan...! Ja. Och Kun.